Lass uns loslegen. Demnächst links abbiegen, biege nach links ab. Lass uns loslegen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Lass uns die Ausfahrt nehmen. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. 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 Am Kreisverkehr dritte 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 Ausfahrt nehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte links her. 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 Bitte her. Bitte links 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 her. rechts 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 her. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nimm diese Auswand. Bitte rechts halten. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Auswand. Immer geradeaus. Biege nach links ab. Hier endet es. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020